Was ist dein Aktiendepot? Sehr gut. Ja, weil es einfach vom Gebäude her super findet und auch von der Lage her traumhaft. Was ist dein Aktiendepot? Ja, ich habe mein Aktiendepot jetzt nach dem Börsenverlag ausgelegt und habe sehr viel Erfolg damit. Ja, würde ich. Wenn du jemanden mitgebracht hast, der nicht in der Pause involviert ist, dann musst du heute auch mit.